So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Show. Staubwüste Hotwire. So, heute geht's weiter mit Battlefield und wir testen die tollste Map von allen bis jetzt. Die ich jetzt so gespielt habe, also in den Beta-Dings-Booms. Kack-Gedöns. Wie auch immer man das nennt will. Ich hab's vergessen. Ich wollte irgendwas ganz Tolles sagen, aber wie immer hat's nicht geklappt. Staubwüste Hotwire. Hotwire war mein Lieblingsmodus. Heiß hat mich ja leider etwas enttäuscht. Aber vielleicht muss man auch einfach nur reinkommen, was ich, glaube ich, eher glaube. Aber egal. Die Drohung gegen Leisheit, Widerstand. Oh mein Gott. Das sieht wirklich aus wie Breaking Bad, wenn man nicht das deiner Bild, sondern das andere. Mit diesem... Das auch nicht. Das mit dem Wohnblock. Da, wo die ganzen Drogenjunkies wohnen. Ja. So, ich glaube, wir sind drin. Perfekt. Und zwar nehmen wir den Operator. Und wir fahren Moped. Ich fahre gerne Moped. Ich habe Rubberbending. Ne, nicht mehr. Ah. Ah, das sieht nicht gesund aus. Aua. Kann ich hier raus? Das wäre sehr lieb. Ah, ich bin in den Busch gefahren. Die Verbindung ist kacke. Jetzt geht's wieder. So. So. Mam, 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 mam. Geil, was war das denn? Das sah ja geil aus. Oh, das war ein geiler Kill. Ausgestiegen und das rollende Motorrad holt ihn auch mit. Das ist geil. Geil, ähm, Mechaniker. So. So. Ne, jetzt geht's ja wieder mit der Verbindung. Der Kollege ist rausgegangen. So. Mä, 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 mä. Komm mal. Ja, es wird immer schlimmer hier. Mä, 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 mä. Die Steine nerven ein bisschen. Die könnte man mal wegmachen. Der Baum auch, aber der ist jetzt weg. Hol' den dir. Geht die denn? So. Ähm, Enforcer nehmen wir nicht. Wir nehmen den Mechaniker. Polizeiwagen. Na, 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 na. Auf verfügbares Geld, das geht in die Höhe. Wir können gleich mal was kaufen. Na, 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 na. Responding. Oh, er macht das Radio aus. Miau, 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 miau. Miau. Mä, 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 mäu, miau. Ne, wir müssen ein bisschen eleganter fahren. Es wird halt hier nix mit der Verfolgungsjagd. Komm, holt ihn euch. Kommt, noch ein Schuss. Kommt, 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 kommt. Ich nehme mal die Außenansicht, weil die ein bisschen angenehmer ist. Kommt, holt ihn euch. Ey, die Granate war leider... Ey, die Bäume flutschen weg, das ist gut. Wäre dumm, wenn ich jedes Mal... Ach, Mann. Nein. Wir holen uns den C. Nicht den da hinten. Ach, Mann. Ja, gut, Autofahren ist nicht so meins. Ich merke es schon. Tut mir sehr laut. Leid. So, die beiden da. Guck doch mal. So geht dat. Oh. Er ist jetzt bitter. Wir sind einmal Rückzug. Ah, komm, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Also, das ist auf jeden Fall die geilste Map aus der Beta, finde ich. Weil sie eben so... ...autolastig ist. Komm, wir holen uns den E. Das ist aber auch noch nicht ganz so... ...wut. Ähm, so. Das ist meiner. Ich hab Vorfahrt. Hatte ich nicht, aber egal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir werden reich. Ja, ja, alles gut. Alles gut, alles im grünen Bereich. Kommen, wir holen uns noch den anderen da hinten. Bringen wir den Kollegen mal eben hin. Wollt ihr da einen eigenen Wagen? Jo, perfekt. Machen wir mir dat Radio an. Der ist echt nur scheiße, ne? Okay, dat geht noch. Äh, geht noch ist immer so ne Sache. Ne, es geht nicht. Lolo, lo, lo, lo. Das ist sicherlich Evolution da oben. Äh, da links. Rechts. Ey, gucken, ihr seid richtig gut. Ne, ich muss Außenansicht haben. Mä, 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 min, mä, 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 mä. Oh mein Gott Oh, sorry, sorry Oh, deine Straßenseite Ja, ja Oh, jeder hat doch sein eigenes Auto Misst ihr doch nicht Ah Nein Komm, 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 komm Level 8 Immer noch besser als Alles andere bis jetzt, was ich Battlefield 4 erreicht habe Oh mein Gott, oh mein Gott Ey, der leistet gute Arbeit Gut, jetzt haben wir eine lange Strecke Das ist sehr gut Jetzt müssen wir auffassen, dass wir nicht mit dem da vorne zusammenkrachen Wow Ah Uh, Platsch Komm, nimm das Auto Schade Ähm Äh Gehen wir in dem rein So Hinter uns Gib Gas Der ist von uns Komm Wunderbar Haben wir es gemacht Ja Ganz toll Ganz toll Ah, schön haben wir es gemacht Oh, wie viel Scheiß hier aufploppt Schön Und wir waren gar nicht so schlecht Sechster Ja Ja, das erste Mal Kills Das stimmt Das stimmt Das stimmt Das stimmt So schlecht waren wir nicht Und jetzt аш